Hallo, mein Freund. Du bist ja schon da? Natürlich. Ja, fleißig mit der Kamera, wie er immer ist. Nächstes Mal, wir fahren erstmal hoch, oder? Genau. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist erst früh um sieben. Ich habe meinen Ofeller in Dresden liegen lassen, musste ich fahren und ich nochmal schnell nach dem Frühstück losfahren, in Düsseldorf so einen Ofeller kaufen. Weil ich finde ihn richtig wichtig. Dafür, dass er so günstig ist, ist er ein wichtiges Teil in meinem Kofferchen. Wir gehen jetzt zum Frühstück, mal gucken, was hier so tolles gibt im Hyatt, war er auch noch nie da. Und danach haben wir das erste Shooting mit dem T-John, auch ein sehr, sehr cooler Typ. Gucken, was da rauskommt. Um 14 Uhr treffen wir uns mit dem Boss, da werden wir ein paar Studio-Bilder machen und danach gehen wir raus in die Stadt. Machen so ein paar Live-Style-Streetwear-Bilder. Wir haben heute also den ganzen Tag straffes Programm. Ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt erstmal Frühstück, nachdem wir uns die Hände gewärmt haben an diesem künstlichen Kamin. Gehen wir los. Das Essen. Meinst du nicht, dass man früh so viel essen kann? Ich weiß nicht, ob die Boss-Trafe das zuletzt. Die Boss-Trafe sagt ganz klar, ein gutes Frühstück ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen Tag. Na gut. So komm, jetzt wird gefrüchtigt hier. Du kannst nachher wieder die Flinte in die Hand nehmen und wieder erschießen. Das ist auf jeden Fall alles Low Carb. Also wir haben richtig darauf geachtet, dass wir hier respektable Sachen nur zum Essen finden. Schokolade, Low Carb natürlich und alles vegan. Dass auch hier auch nicht die Grünen umgemeckern wird. Genau. Hilfe, Abbruch. Nein, Korrektur. Orts, bitte wählen Sie eine Zeilennummer. Alter, verpiss dich, Korrektur. Bitte wählen Sie eine Zeil, Abbruch. Hier sehen Sie einen Navigationsbenutzer in seinem natürlichen Lebensraum. Ziel eingeben. Bitte sprechen Sie den Namen des Ortes, der Straße und die Hausnummer. Düsseldorf-Schadowstraße. Düsseldorf-Siedanstraße. Übernommen. Möchten Sie eine Hausnummer eingeben? Nein. Düsseldorf-Schadowstraße 11. Übernommen. Möchten Sie die laufende Zielführung abbrechen und die Zielführung zum neuen Ziel starten? Ja. Ja. Die Zielführung wird gestartet. Demnächst links. Mensch Katze, warum ist es so schwer hier? Weil Sie gehen machen können. Herr Paul, wie zufrieden sind Sie mit dieser Eingabe von einer Nummer von 1 bis 10? Du normalerweise geht das immer zu gut unterscheiden. Das ist, weil du gepupst hast. Natürlich. Warte mal, ich mach einen Gang ein und dann fahren wir das aus. Wir müssen aber genau die Drehzeit abpassen, bis der knallt. Rammabasfach. Ja, auf jeden Fall. Knallen ist aber schön. Das hat doch gar nicht übersteuert. Nein. Nein. Also ich muss mal sagen, der Tijan ein perfektes Model. Richtig geil. Machst du mich gut. Fertig? Ja. Absolut fertig. So, jetzt haben wir die ersten Bilder mal durchgeguckt. Mit dem ersten Shooting vom Tijan. Übelst geil. Würde es euch gerne zeigen, aber meiner nicht. Machen wir erst später. Ja. Jetzt werden wir noch einen Kaffee drüben. Was haben wir da? Ja. Hab ich. Und danach treffen wir uns mit Kollegen. Ja. So, wir sind jetzt hier gerade beim Shooting für Toys Maximus, das Brand vom Kollegen. Ja. Und wir haben noch was kleines vorbereitet für euch. Wartet kurz. Colin, hier den Stift. Kannst du dort eine Unterschrift drauf machen? Na klar. So, dann kommt dort eine Unterschrift drauf. Für deine Zuschauer hier. Kannst du verlosen oder? Sehr geil. Genau das ist mein Plan. Also für alle Leute, die mich abonnieren und einen Kommentar auf dem Video da lassen, kriegen diesen brandneuen Deuce Maximus, der noch nicht mal draußen ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.